Ich fände es gut, wenn wir in fünf Jahren 2700, 2800 Studierende haben, was in Anbetracht des demografischen Wandels ein großes Ziel ist. Ich finde, dass wir uns noch stärker in Richtung Technologietransfer orientieren müssen, dass wir in der Region absolut verankert sind. Praktisch die erste Ansprechadresse für alle, die Probleme haben, die wir mit unseren Mitteln auch lösen können, sind und dass der Name Technische Hochschule Brandenburg in der Stadt und in Westbrandburg einen noch besseren Ruf, wir haben einen guten Ruf, aber einen noch besseren Ruf genießt. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020